Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Infovideo mit euer Manulu. Schön habt ihr eingeschaltet. Ich hoffe euch hat es auch noch gut. Ihr seid gesund und fräsig. Ich möchte es einfach nur ganz kurz machen. Heute am Abend, Freitag, 12.06. ist ein ganz spontaner ARK Livestream. Zwischen 8.00 Uhr am Abend und 4.00 Uhr ab 8.00 Uhr fangen wir an. Weil wir gestern so dermassen Spass hatten in unserem Livestream. Und wir haben heute einen grossen Patch für das Spiel. Und da haben wir gedacht, wir werden da sehr zocken, da können wir ganz gut heute live gehen. Ich wollte eigentlich nur heute informieren. Und noch einmal zur Info, die das noch nicht wissen. Wir haben Community Server. Im Moment noch mit begrenzten Plätzen. Aber ihr dürft sehr gerne mich bei mir melden. Wenn ihr einen Platz habt, das ist ein reiner PvE Server. Und ich versuche mit der Community etwas zu machen, wo es verschiedene Events geben wird. Wo man Dinos werden traden können. Wir werden einen Marktbau aufbauen. Eine Arena aufbauen. Jähnste Sachen sind geplant. Wenn ihr mitmachen wollt, schreibt mir. Oder geht euch unter dem Video die Weitabschreibung auf. Dort hat jetzt einen Link für eine Homepage. Für uns von unserer Seite. Und den könnt ihr noch auch bewerben. Weil eben, es hat noch einmal begrenzte Plätze. Auch im Moment. Wie es dir vielleicht später aussieht, schauen wir ihn dann an. Ein Community-TS-Server ist auch geplant. Der kommt Ende Monat. So ungefähr. 8. oder 29. Werden wir dazu auch noch einen passenden Teamspeak-Server haben. Da könnt ihr nachher alle drauf treffen. Könnt ihr alle zusammenzucken. Könnt ihr etwas blöd tun. Also der Teamspeak-Server ist natürlich auch für andere Spiele. Da darf man sich auch sonst drauf treffen. Da darf man ihn nicht mehr brauchen, wenn man ARC spielt. Der Gameserver ist im Moment einfach ein ARC-Server. Wenn ihr dort zocken wollt, meldet mich. Und der Teamspeak-Server wird nachher generell offen sein. Ich hoffe, ihr werdet dort einschalten. Den Link für den Livestream findet ihr auf meiner YouTube-Seite. Beim Titelbild oben rechts einfach auf Livestream klicken. Oder in der Videobeschreibung wird auch ein Link drin sein. Ich hoffe, ihr werdet einschalten. Danke vielmals für das Zuhören. Macht's gut. Tschüss zusammen. Euer Janunu.